Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel. Bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs geht es v.a. um die Nachfolge des scheidenden Kommissionspräsidenten Juncker sowie um die Vergabe weiterer Spitzenposten. Außerdem steht der Kampf gegen den Klimawandel auf dem Programm. Iran meldet Abschuss von US-Drohne. Nach Angaben der Revolutionsgarden ist die Drohne des Typs Global Hawk in den Luftraum über dem Süden des Landes eingedrungen. Das US-Militär dementierte, ein Fluggerät über dem Iran eingesetzt zu haben. Mexiko ratifiziert neues Freihandelsabkommen. Der Senat in Mexikos Stadt stimmte mit deutlicher Mehrheit für den Vertrag mit den USA und Kanada. Das USMCA-Abkommen war auf Drängen von US-Präsident Trump ausgehandelt worden und soll das bisherige NAFTA-Abkommen ersetzen. Chinas Präsident in Nordkorea. Xi ist in der Hauptstadt Pyongyang gelandet, wie das chinesische Fernsehen berichtet. Es ist der erste Besuch eines chinesischen Staatschefs seit 14 Jahren. Bei dem Treffen mit Machthaber Kim soll es vor allem um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm gehen. Drohungen gegen Politiker. Nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke hat es laut Polizei Drohungen gegen die Kölner Oberbürgermeisterin Reker und andere Politiker gegeben. Ob es einen Zusammenhang zu dem Fall Lübcke gäbe, sei unklar. Reker war vor vier Jahren von einem Rechtsradikalen mit einem Messer schwer verletzt worden. Das Wetter, teils locker, teils stark bewölkt und gebietsweise Schauer und Gewitter. Von Nordosten über den Osten bis in den Süden. Unwettergefahr 18 bis 30 Grad. Untertitelung des ZDF für funk, 2017